Viele verbinden Rampensauen mit etwas Schlechten. Laut Duden ist es aber eigentlich etwas Positives. Es bedeutet, dass man mit voller Überzeugung und Leidenschaft für etwas steht und andere mitreist und begeistert. Willst auch du andere Menschen mit deiner Leidenschaft begeistern und dafür sogar noch von Unternehmen, Hotels oder auch Fashionlabels bezahlt werden? Reisen, wohin du willst und das nur, um deine Leidenschaft auszuleben? Dann ist dieses Buch genau deine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit weltweiten Unternehmen aus den verschiedensten Branchen zusammen und wissen, auf was es ankommt, um attraktiv für eine Marke zu sein. Genau dieses Fachwissen haben wir für dich in unserem Workbook zusammengefasst. Auf über 200 Seiten verraten wir dir, wie du das Internet zu deiner Bühne machst und in sieben einfachen Schritten vom Nobody zum absoluten Promi-Influencer wirst. Und das Beste dabei? Dieses Wissen verschenken wir an die ersten 3000 Menschen. Alles, worum wir dich bitten, ist die Versand- und Handlingkosten zu übernehmen. Das Buch bezahlen wir. Klingt doch fair, oder? Deswegen sichere dir jetzt dein Rampensau-Workbook, bevor es jemand anderes tut und dein Exemplar weg ist. Starte jetzt mit deiner Influencer-Karriere und werde zur Rampensau. Starte jetzt mit deiner Influencer-Karriere und werde zur Rampensau.